Weiter geht es mit dem 13. Part of the Place. Ich hab schon ein bisschen Sand und Sandstein gesammelt. Und wollte jetzt hier... Was wollte ich denn hier? Erstmal die ganzen Sandsachen. Den ganzen Sand, den ich hier hab. Zum Sandstein umfachten. Da hab ich immerhin so... Zwei Stacks... Drei Stacks sogar. Und dann einen Sand. Und ich würd mir jetzt noch ein paar mehr holen wollen. Weil ich den Sandstein und Sand ist noch weg. Soll ich den noch wegpacken. Und einen Sand hier. Das ist ein 64 Sandstack hier auch. Und hier ist dann noch das hier fernweg. Das hier kann weg. Und das hier kann weg. Und dann muss ich jetzt weitere... Schaufeln und Spitzhacken quachen. Also erstmal... Hier solche... Und dann hier Spitzhacken rausgemacht. Einer zu viel und... Und jetzt wieder... Na vier Schaufeln will ich machen. Und jetzt ein bisschen sortieren. Spitzhacken hier. Schaufeln daneben. Und eine neue Truhe müsst ihr auch mal erstellen. Und dann... Kann eigentlich da hinrutschen. Eine neue Truhe. Kann ich dann hier platzieren. Und dann fangen wir zusammen rein. Und ein Teil der Kohle kommt da auch rein. Und ein Teil der Erde kommt da auch weg. Die kann auch weg. Und jetzt kann ich weiter Sand fahren. Dann werde ich... Über den Sand fahren gehen. Hmm... Puff... 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 Weiter geht's zu Sand fahren. Also hier nicht... Nämlich geht dahin. Guck mal wie lange ich den aufnehme. 3,41. Also noch ein bisschen länger laufen lassen. Weil 3 Minuten für Let's Play Part ist einfach zu wenig. Es müssen mindestens 10 Minuten eigentlich sein. Und erst bei dem Let's Play Teil 12 steht ja 2 Videos gemacht. Weil ich dann nämlich 2 Einzel-Videos rausgemacht hab. Dann kommen die durch. Und gleich da. Naxx hat schon wieder gemacht. Und jetzt bin ich vom Sand angekommen. Und ich werde jetzt ab. So, die müssen wir da hinten anfangen. Und zwar. Ab hier fange ich an. So eine Linie rein zu machen. Oh, jetzt ist der Blanche drauf. auf Das ist ein Sandstein. Oh, Keys vorkommen. Hier ist ein Keys vorkommen. Die Pyramide soll ja aus Sandstangen gebaut werden. Dieser Part soll wiederum ausschließen, dass wir sie weiter los haben, damit die, und dann den nächsten Part, die Pyramide weiterbauen. Oh, viel Sandsteine hier haben. Es ist so gut, dass ich viel Sandsteine habe. Dann den Sandblock. Da kommt noch einmal Stein. Weil die Hörger spränden nicht auf. Die Spitz hat ja immer eins jetzt aufgebraucht, also... Weitere Spitzhacke. Kohle. Man muss ein bisschen geordnet haben. ... Eisen! Wie höre, wenn ich den in den einen weg stehe? ... Jetzt sind noch Sandsteine, da ist kein Stein. Jetzt ist hier kein Sandstein mehr, habe ich also ausgedraben. Und die Schaufel aufgebaut. Die Sankarn. Und die Schaufel aufgebaut. Na, runtergefallen. Ich glaube, es ist aber Erde. Kann man mir das Schaufen hier abbauen. Oh, Meer ist ein Stein. Oh, so weit runter. Oh, Frisandstein hier. Ich bin ganz schön, Frisandstein abzufahren. Jede Sandstein hier. Da wäre aber schon ein weiter. Und schon wieder ein Schicksacker verbraucht. Kohle. Steine können die auch nicht fahren. Hier schön platz zu machen. Mondlich und Glätten. Wenn ich weder vom Notieren. Wenn ich das hier komplett glatt mache. Oh, überhaupt nicht. Dann würde ich noch ein bisschen sind. Ich würde es auf Schickschnick schicken. Ich würde es alles bitte zusammen schicken. Ich würde es jetzt nicht schicken. Ich würde es nicht einmal mit ihnen sehen. Ja, das ist ein Räder. Das ist vier. Nur vier. Ich kann das aufbauen Kohle. Und wie lange nehme ich auf? Reichen 20, also geht ja noch. Wenn ich also 1-2 Minuten die aufhören will. Was geht das Wasser damit? Wenn ich nur zwei graben habe, dann ist die auch eine Grabsgrenze dran. Wenn ich nur zwei graben habe, dann darf ich. Weil sonst Wasser rein geht. Wenn ich diese Reihe beendet habe. Schon wieder ein Fittsack kaputt. Wenn ich diese Reihe bereinigt habe. Wenn ich diese Reihe beendet habe. Wenn ich diese Reihe beendet habe. Das ist schon der 13. Tag. Also das ist relativ schnell. Und schon eine Schaufel verbraucht. Das Stück Kohle backt auch noch rum. Aufsammeln und hiermit den Tag beenden.